Hallo liebe Zweirad Unterberger Fans, wir befinden uns auf einer Tour über den Pirnpass und präsentieren euch unseren Vorführer, die Suzuki GSX-S1000. Ein komplett neues Fahrwerk und der 145 PS Motor der 2005er bis 2008er GSX-Erdbaureihe bringen euch den Fahrspaß pur. In drei Stufen einstellbare Traktionskontrolle und ABS sorgen für gute Sicherheit. Also lassen wir die Kurvenjagd beginnen. Wer unsere Tour nachfahren möchte, kann sich hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack holen. Wir fahren vom Zweirad Unterberger Shop in Richtung Bad Ischel, hier auf die B145 nach Bad Gäusern, über den Pötschenpass, Taubwitz bis nach Steinach. Hier biegen wir auf die B158 in Richtung Lidzen nach. In Lidzen selber fahren wir die erste Ampelkreuzer links auf die B138 und folgen dieser über den Pirnpass bis nach Windisch-Garsten. Deine Mannschaft bis nach Windisch-Garsten wollen wir einstellen, der ist die B148 in Richtung Jahrh natur. Der ist die B408 in Richtung Töten. Der ist die B148 in Richtung, am Ende der B148 in Richtung Lidzen. Der K148 in Richtung! Der K148 in Richtung Lidzen. Der ist die B148 in Richtung Lidzen. Da geht das B148 im Bereich. DIA-Garsten wird in Richtung Lidzen zu der B148 in Richtung Lidzen. Der ist die B149 in Richtung Lidz von R7. Die B148 in Richtung Lidzen von Lidzen zu verbrechern. Hier geht es wieder links in Richtung Hinterstoder und weiter nach Steierbrücke, um wieder zurück auf die B138 in Richtung Micheldorf zu kommen. Bei den Supermärkten in Micheldorf abermals links auf die Zierberglandstraße in Richtung Scharnstein fahren. Kurzmachstein Felgen wechseln wir auf die B120 und fahren in Richtung Scharnstein. In Gmunden wechseln wir wieder auf die B145 nach Edmünster und folgen dieser bis nach Bad Ischow. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017